Die Ukraine kann auf Frankreich und Europa zählen, um diesen Krieg zu gewinnen, sagte Macron bei einem Treffen mit Zelensky und Scholz in Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der Ukraine Unterstützung bis zum Sieg zugesichert. Die Ukraine kann auf Frankreich und Europa zählen, um diesen Krieg zu gewinnen, sagte er am Mittwochabend bei einem Treffen mit Präsident Volodymyr Zelensky und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz in Paris. Auch letzterer hat dem weitere militärische, humanitäre und finanzielle Unterstützung zugesagt, so lange wie nötig. Gemeinsam gehe es darum, einen Frieden zu gestalten, der der Ukraine gerecht werde, sagte Macron weiter. Die Ukraine kann auf uns zählen, um Frieden zu schaffen. Bei dem Abendessen soll ja auch über den operationellen Bedarf der Ukraine gesprochen werden, sagt Macron, ohne konkret die Lieferung weiterer Waffen in Aussicht zu stellen. Wir stehen eng an der Seite der Ukraine auf dem Weg, die Verteidigung des eigenen Landes voranzubringen, sagte Scholz am Mittwochabend zum Auftrag eines Treffens mit Zelensky und dem französischen Präsident Emmanuel Macron in Paris.